Achtung, jetzt wird's mega süß. Ab sofort können die Panda-Babys vom Berliner Zoo live und in Farbe von ihren Fans bestaunt werden. Ihren ersten großen Auftritt vor der Presse meisterten die beiden schon mal im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf bzw. mit einem bärigen Strecken. Ende August kamen die beiden Panda-Mädels auf die Welt und verbrachten die ersten Wochen mit Mama Mengmeng und unter strenger Beobachtung hinter den Kulissen des Zoos. Mittlerweile bringen sie zweieinhalb Kilo auf die Waage und sind damit weit genug entwickelt, um sich immer abwechselnd zumindest für eine kurze Zeit ihren Fans zu präsentieren. Um die Kleine nicht zu überfordern, wird die Besuchszeit für den Anfang auf eine Stunde am Tag begrenzt. Danach geht's direkt zurück zur Mama. Pandas gehören zu den seltensten Bären der Welt. Nach einer Schätzung leben nur noch 1800 große Pandas in der freien Wildbahn.